Zählt das als stickig? So, was ist das hier? Staubig. Landen wir hier erstmal. Oh! Hopps, da habe ich einen Kratzer reingefahren. Ja, die ganze Landestation muss... Da müssen wir die komplette Station neu lackieren. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, yeah! Ah! Nährstoffprozessor, okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, yeah. Oh. 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 Okay. So eine Station habe ich noch nie gesehen. Ah, okay. Sind das hier gute Sachen? Ja, okay. Ah, okay. Und wo kann ich die jetzt kaufen? Hier. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. Können wir ja gleich da ein. Können wir ja gleich so das sollte ja jetzt reichen. So. Erstmal ein Upgrade und dann. Oh. Dann hier einfach am Handelsterminal verkaufen oder wie? Ich gehe mal stark davon aus. Super. So. So. Upgrade upholen. So. 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 waschen wir die ganzen Sachen einmal. Pilzschimmel. Okay. Auf bald. So. 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 You. So. 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 Das war's. Amen. We'll be right back. Okay, ich muss jetzt Pflanzen anzüchten. Okay. Okay, ich muss jetzt Pflanzen anzüchten. Okay. 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 Dann stellen wir ein bisschen Feritstaub her. 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 Okay. Dann stellen wir ein bisschen Feritstaub her. Dann stellen wir ein bisschen Feritstaub her. Dann holen wir erstmal ein bisschen Eisen. Dann stellen wir ein bisschen Feritstaub her. Dann stellen wir ein bisschen Feritstaub her.